Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzahl, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht, ein Abo da zu lassen und jetzt gibt es die Auflösung. Im Zähler habe ich ja insgesamt 3 mal die 3 hoch 9, also kann ich auch schreiben 3 mal 3 hoch 9. Jetzt kann ich eine 3 oben mit der 3 unten kürzen. Als nächstes kann ich die 9 ja auch schreiben als 3 hoch 2 und das Ganze eben hoch 4. Jetzt habe ich hier ein Potenzgesetz. Wenn ich eine Potenz potenziere, muss ich die Exponenten miteinander mal nehmen. Also ich rechne 2 mal 4. 2 mal 4 ergibt 8. Jetzt ist die Basis gleich und wenn ich dividiere, muss ich jetzt die Exponenten minus rechnen. Also 3 hoch 9 minus 8. 9 minus 8 ergibt 1 und 3 hoch 1 ist 3, daher richtige Antwort, Antwort A. Teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Nichts Kas eccentricommbar ist die 2 umge. Die Auslösung trampisch. Wenn es dir gefallen hat, sollten Sie Theresa aufpassen. Haben Sie jetzt aufpassen.